Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar heute fahren wir nach Kiel, nach TipTapTube und bringen denen ein Überraschungspaket vorbei. Denn Adi und Ash hatten Geburtstag und dementsprechend lassen wir uns das natürlich nicht nehmen, um was vorbeizubringen. Und wie wir das Paket packen, das seht ihr jetzt. So, hier haben wir einmal den Ball. Dann diesen Swimmingpool. Diese Bälle geben wir aber noch was. Und zwar hier Tee. Hier für Ash noch so ein Spielzeugauto. Das ist auch für Ash. Ich weiß nicht. Finde ich auch richtig geil. Geschenkpapier, um das Ganze einzupacken. Und hier jeweils eine Geburtstagskarte. Und sonst haben wir hier noch, nochmal wieder zwei Teesorten. Und dann haben wir hier noch die. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwo warten müsst? Und dann gibt es dann ein hartes Trinken. So, jetzt hier noch nice gegönnt auf jeden Fall. Mmmh. Hier haben wir den Karton. Oh, mein Kopf gestoßen. Hier haben wir schon ein paar Sachen reingepackt. Sorry für ein erstrecktes Licht, aber wir sind wirklich spät. So, also Marvin zeigt euch jetzt, was wir hier nice haben. Also, hier sehen wir aber die ganzen Sachen. Alles, Süßigkeiten. Wir haben jetzt hier für die Ballons. Den. Und den haben wir jetzt nochmal Band gekauft, dass wir die da irgendwie ranbinden können oder so. Was ist denn da? Also, ist das Wasser? Ja. Genau, Wasser. Nice. Nice. Mit Liebe zum Detail. Genau, jetzt kommt hier das Klebeband. Nein, Geschenkpapier. Das Geschenkpapier mache ich natürlich. Das Geschenkpapier, das Geschenkpapier. So, es ist jetzt auf jeden Fall der nächste Morgen. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Auf jeden Fall hatte mein Bruder die noch angeschrieben, dass wir ein Paket vor die Tür gelegt haben. Und dann sind eben diese Aufnahmen entstanden, wo Ash das Paket auspackt. Ja, und ich denke, die haben sich schon sehr darüber gefreut, über das Päckchen. Und ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt eine positive Bewertung. Abonniert den Kanal. Schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und ciao.